guten tag wir haben im hintergrund ein leichtes cholerisches problem jochen versucht rocket league zu spielen ich habe ihn schon bei 92 prozent vom level ich glaube wenn ich auch kein direktes mikrofon habe dann klingt das auch alles gar nicht so schlimm ich verstehe ich leider nicht wenn die beiden spastis hier so laut sind ich sagte ich kann glaube ich auch was mal ein schlückchen trinken weil ich habe ja kein mikrofon direkt am mund dann hört sich das nicht so schlimm und schlürferig an ok ich mache schon mal ne ja guck mal wie schön wir haben das decay rot dann runter das rosa vom paladin den lila vom hexenmeister und darunter das weiß von dir das ist farblich 1a ich finde man sollte ja auch gruppen nur daran machen dass es in der gruppenübersicht das schön farblich aussieht wieso bleiben die alle in der suppe stehen er sind die behindert ich glaube du solltest ein bisschen auf die wortwahl achten ich möchte dir nichts vorschreiben ja aber man kann doch auch da rausgehen ja das kann man wohl vielleicht das ist eine ja gut das ist ja nur nicht einmal eine warnung sagen so hey es kann ja sein dass die flächen stehen stehen können in flächen drinnen stehen bleiben ist so 2005 kannst du einmal schreiben und wenn sich dann immer dann heilst du sie einfach nicht mehr also du probierst das auch gar nicht erst willst du einmal schreiben ich lass dir kurz die zeit ne brauchst du nicht ich regel das auf meine art da ist auch die killermarm bei ups ich hänge hier fest das problem ist dass ich eben so pumpen musste dadurch habe ich jetzt nicht so viel mana aber egal aber hier zieht sich das ja auch alles ein bisschen hin danke arschloch tourette jochen ist am start so redet er übrigens auch mit uns ja jochen kommt morgens rein und sagt na ihr pussis oder auch gerne affenhirne affenhirne ist auch sehr beliebt bei jochen habt ihr ein tor geschossen nein nur eins verhindert fuck er geht jawohl aufruhrjagd 32 noch für zwei tor für drei tor war ein tor ja ja war ein tor fuck aber jetzt denken die leute sie verpassen was und wollen viel lieber rocket league sehen und dann kriegen sie doch nur wo er wieder können die ja mal aufnehmen die beiden spackos da drüben aber da hört man immer nur man streame mal wieder oder ihr aber selbst mal ha ja Ja! Ja! Drin ist ab! Ja! Anschlusstor! Ich schäme mich so, das Fenster ist weit auf. Die kriegen auch Schiss schon. Ja, die kriegen bestimmt Schiss. Yes! Ausgleich! Thomas Jochen hat ein Tor gemacht. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass sie auch ein Tor gemacht hat. Hä, war die DK schon tot? Nein! Eben, weil ihre Leiste sah ganz leer aus. Ja, ich habe sie aber noch hochgehalten. Achso. Ah, hätte ich an deiner Stelle vielleicht nicht getan. Schön. Direkt noch einen, komm. Oh, fuck. Scheiße. Jetzt ist er tot. Ist der ein bisschen blöd? Also, es kann er nicht so gut spielen, wollte ich fragen. Oh, Scheiße! 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 Warum? Wie kommst du zu diesem Schluss? Weil du gerade dem berechtigt hast, dass er stirbt. Naja, weil er scheinbar immer sehr hart droppt. Mhm. Und... Draußen sind schon die Todesgeier, die warten auf Jochen. Jetzt, 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 jetzt! Nein, fuck! Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, wenn das immer drauf anlegt, dann muss man ihn vielleicht auch einfach mal lassen. Ja. War meine Überlegung. Ja! Ja! Komm! Scheiße! Tja, spielst du da oder was machst du da? Oh, fuck! Hol hier! Okay, gut. Oh, ich habe Post. Oh, Postmeister, wie langweilig. Ich kann den nicht wechseln, doch. Oh, gut da ab, ne? Mhm. Sehr viel Glück. Jetzt! Kriegst du den? Ja! Nein! 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 Das ist ein geiles Spiel, ey. Ich liebe das. Oh Gott! Boah, gerettet! Ja, geht da rein? Geht da rein? Nee, oder? Das ist ein geiles Spiel. Das ist spannend, das ist geil. Das ist total spannend, ja. Jetzt, wo du das sagst. Ja! Fällt mir das auch auf. Nein! Nein! Scheiße! Was denn jetzt? Nein! Nicht in die Verlängerung, bitte! Wieso da aber doch letztes Mal so wie glänzt? Nein! Auf geht's. Oh, vielleicht können wir nach dem Level... Oh, nein! Was geht denn nach dem Level? Wir machen nach der Aufnahme erstmal eine Pause. Das ist voll anstrengend zu reden, wenn... Ja, und dann können wir die Lecria vielleicht auch nochmal zwischendurch. Ja, genau. Boah! Boah! Fuck! Ja! Das ist halt... Weißt du, das ist halt so ein bisschen, als wenn du mit dem peinlichen Bruder einkaufen gehst und der die ganze Zeit rumschreit. Nein! 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 Ich will die zuhause nicht anziehen! Ja! Ja! Das dritte! Geil! Ja, man halt merkt, dass er Fortuna-Fan ist, ne? Ist nicht so erfolgsverwilligend. Weißt du, nur weil man Emotion hat. Emotion! Super! Super! Die Coxen! Idiot! Geile Hütte! Und? Du bist in Liga drauf! Jawohl! Zurecht! Ja, natürlich! Das war geil! Das war so Spaß am Spiel! Das war so! Boah! Ich muss mal lauter machen! Ja, mach mal den Fernseher lauter! Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden stört! Nein! Fuck! Idiot! Jo Mama! Jo Mama! Wieso denn Jo Mama? Oh! Level Up! Ich noch nicht! Du Cheater! Zwei neue Instanzen! Oh, bitte ey! Wir müssen gleich auch nur für die anmelden, okay? Was müssen wir anmelden? Für die dann nur anmelden! Für die dann nur anmelden! Für die beiden neuen Instanzen nur anmelden! Nur für die! Okay! Nicht random! Ist mir egal, ob wir dann weniger XP bekommen! Ich halte das hier nicht mehr aus! Das ist echt die schlimmste Instanz, die es mit gibt! Kittenslayer 21! Hast du denn? Tittenslayer? Kittenslayer! Achso! Kittenslayer! Jo, dann! Anstoß! Was denn? Mach nichts! Hallo? Wir haben ein Tor gemacht! Ach, ein Tor habt ihr gemacht! Warte! Ich wette, Anne gewinnt! Ich wette, Anne gewinnt! Ich wette, Anne gewinnt! Anne oder Sepp? Irgendeiner, der keine Ahnung vom Fußball hat! Herr Sepp hat doch voll Ahnung im Gegensatz zu mir! Ja! Sepp hat ganz viel Ahnung! Ich laufe ein bisschen chaotisch hin und her! Ich finde, das hatten wir lange nicht mehr! Ne, auch so cool! Da hab ich voll Lust drauf! Wie kommen wir denn noch wieder runter, diese... Ja, komm mal lieber runter! Ne, ne! Warte, die geht nicht! So, da kommt die wieder! Ach, schau! Wenn man so fliegt, man will ja schnell wieder runter irgendwie! Ja, das... Das war doch keine Möglichkeit! Geil! Aber jetzt bin ich auch Level Up! Das hab ich gar nicht mitbekommen! TZ! Ja, wir können Schadophan-Kloster und Mogu-Schan verlasten! Genau! Hallo, wir sind unschlagbar! Wir haben schon wieder ein Tor! Supi! Ich könnte mal die Fresse halten! Das ist auch ganz oft hier so! Thomas sagt irgendwas Blödes! Und dann heißt es, ihr seid so doof! Ahaha, 3-0! John, hast du mitbekommen, dass Robert Lewandowski tot ist? Ja, das hab ich mitbekommen! Nicht Robert, sondern Sascha! Komisch, ne? Der lag einfach tot in der Wohnung! Was da wohl los war! Ist der vielleicht alt gewesen? Ne, der ist so... Ich glaube, so Jochens Jahrgang! Hm, der ist nicht so richtig alt! Der ist jünger als Jochen! Und dann ist er ja noch jung! Und... Und... Aber... Ja gut, man kennt ja sein Privatleben nicht, ne? Aber es war halt ein... Neu... Ja gut, dann mach doch mal! Ein kommender Trainer! Wenn du gerne pullen möchtest! Wer pullt denn? Die Hexe hat pullt! Ach so, die Killermarm! Ja! Boah! Ich meine die Instanzquo. Jetzt fällt mir gerade das erste Mal auf, dass das hier draußen ist. Hier ist ja gar kein Dach. Bin in der Mitte! Ja, das ist so ein offener Tempel. Ach! Ist ja witzig. Voll schöner Himmel. Voll schöne Fahnen da oben. Das Ganze ist ja optisch so, ne? Ah, fang! Ich brauche den Boss noch mal kurz warten. Ja. Hat irgendwie ein Malerproblem, weil ich immer Flashdills drücke, weil ich zu faul bin. Ja, ich stehe hier noch etwas drin. Das ändern wir doch. Da war ich nicht. Ja, ich stehe hier. Ja, die große Häuser schaffbar sind. Ich war nicht. Ich darf sie nicht. So. Ben! Okay. Pferdesprotten, ja. Oh! Vielleicht meinen sie das ironisch und wollen euch nur aufziehen. Ja. Ich glaube auch. Nein! Alter, geh mir halt nicht auf den Sack. Tatsächlich. Ey, ihr habt doch einen blöden B.O.B. Ja, dann mach das doch für YouTube, du Nase. Mach ich aber, ich muss erstmal hier Skills... Jochen, das mit den Skills und so... Das braucht man für YouTube nicht. Das braucht man für YouTube nicht. Das haben wir doch schon... Das zeigen wir doch auch jeden Tag. Nein. Da, Jochen! Nein! Raus hier. Haben wir jetzt nicht erst eine Instanz gemacht für die Folge. Ja. Ja, aber dann ist die jetzt hier ein bisschen... Oh, guck mal, was ist das denn hier? Ach, hier vom Jahrmarkt. Das ist halt echt anstrengend, mit dem Choleriker hier zu spielen. Wir sind so unschlagbar. Ja. Gut, ich habe wieder keinen Fall gemacht, aber egal. Wir sind so unschlagbar. Das ist jetzt geringfügig. Du hast 20, ich habe 1090... Gut, liebe Leute. Wir machen dann ein Päuschen und machen gleich weiter. Ach, scheiß lieber ja. Wenn ihr so reingekehrt ist. Tschüssi. Tschüssi.